Hey Leute was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal und heute habe ich hier die neuen Road to Russia 2018 WM 2018 Russland Panini Sticker am Start. Ein ganzes Display, ich werde aber nicht das ganze Display öffnen, sondern ich denke mal heute gibt es 10 Tütchen und ich habe, Leute bleibt jetzt auf jeden Fall noch dran, ich habe eine richtig, richtig geile Idee, muss ich sagen, weil ich komme da gleich zu, ich hole erstmal die 10 Sticker Tütchen raus, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ich will die Serie natürlich voll sammeln und das möchte ich gemeinsam mit euch machen, nämlich ich will eine alte Serie wieder ins Leben herbeirufen, nämlich Let's Collect. Das ist eine Serie von mir gewesen, ich glaube sogar das allererste Video hier auf diesem Kanal Pax United. Ich glaube da hatte ich begonnen mit einer Serie Let's Collect Magitex 15, 16 oder 14, 15 oder so war das. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, diese Serie haue ich mit dieser Road to Russia 2018 Panini Sticker Serie raus. Leute habt ihr Bock? Dann würde ich sagen, knacken wir die 250 Likes, 250 Daumen nach oben bis Montag. Und dann, wenn die 250 Daumen geknackt worden sind, gibt es dann montags, gleich am Montag, die erste Folge Let's Collect Road to Russia 2018 von Panini. Ich öffne dann in jeder Folge ein paar Sticker Tütchen und klebe sie ins Heftchen ein. Leute, das Heft habe ich natürlich auch am Start. Hier zack zack, aber ist jetzt nicht so wichtig, müssen wir jetzt hier denke ich mal nicht im Video zeigen. Ganz normales Album. Auf jeden Fall habe ich auf diese Serie mega Bock. 250 Daumen bis Montag und dann gibt es Montag. Ich würde sagen, wir haben immer so eine feste Regel. Jeden Tag um 15 Uhr kommt dann eine Folge Road to Russia online oder 16 Uhr, 15 Uhr. Das könnt ihr auch noch unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall 250 Daumen und dann gibt es eine schöne knackige Road to Russia Serie. Die Serie wird erst beendet, wenn wir das Album voll haben. Und auja Leute, könnt ihr euch auf täglichen WM 2018 Content hier bei mir freuen. Und um das Ganze quasi ein bisschen, wie soll man sagen, einzustimmen, gibt es heute 10 Sticker Tütchen. Die kann ich dann gleich in der ersten Folge einkleben und dann öffne ich noch so 5 Tütchen und sonst immer so 10. Vielleicht gibt es auch mal eine XXL Folge mit 20, 30 Tütchen oder so. Auf jeden Fall starte ich. Das ist mein allererstes Tütchen, was ich hier von dieser Serie öffne. Insgesamt gibt es, kann ich euch auch noch sagen und auch zeigen, 480 Sticker, nämlich Neuseeland ist hier der letzte Club bzw. die letzte Nationalmannschaft in dem Album. Also Leute, 250 Daumen. Ich denke mal, das schaffen wir, oder? Hashtag PAX United Army ist am Start und ich starte hier mit Monty Patterson. Hier unten steht auch noch geboren. Ich denke mal, der sieht auch ziemlich jung aus, 1996 der Herr Patterson. So, dann haben wir von Slowakei Milan Skirina Lorenzo Insigne. Die Sticker müssten auch demnächst, online kann man sie natürlich schon bestellen, aber ich denke mal, demnächst kommen sie auch überall halt raus. Beim Kiosk, Bahnhof, Tankstelle und so weiter. Einfach mal nachfragen. So, dann haben wir hier noch Fruixen Eraso von Ecuador. Und zum guten Letzt von Peru, Renato Tapia. So, natürlich steht auch wieder der Verein da, Feyenoord Rotterdam spielt der Herr Renato Tapia. Zweites Tütchen. Weiter geht's mit Claudio Bravo. Ist jetzt nicht so wirklich groß rausgekommen bei Manchester City. Da spielt ja immer hier der Glatzkopf, Willi Caballero bei Pep Guardiola in der englischen Premier League. Nicola Otamendi, ebenfalls Man City, Hector Herrera, Rena Valencia oder Enna Valencia und N'Golo Kante. Ist einfach ein Biest, ne? Das ist einfach ein Biest da bei Chelsea. Mehr muss ich dazu nicht sagen. So ein ähnliches Biest wie ein Naby Keita von RB. So, vom Spielertyp kann man die auch wohl... Ja, kann man sie eigentlich schon vergleichen, oder? Dann haben wir hier von Russland den Herrn Kanunikov, Joao Cancelo, Ryan McGovern, Rami Bansebaini von Algerien und Farid Dias von Kolumbien. Also noch keinen deutschen Sticker gezogen, aber hoffe ich mal, einen kriegen wir heute hier noch. Dann haben wir noch Alexandro Florenzi, Gustavo Gomez von Paraguay, Yannick Carrasco, Belgien. Die Griechen sind auch am Start mit dem Bundesligaspieler Stafi Lides, spielt natürlich beim FCA. Und dann noch Gabriel Tochre von Rumänien. Bald kommt ja auch die Training-Cut-Serie raus, Leute. Der Road to Russia, ich glaube Ende April wird es soweit sein. Markus Rojo, also haben wir noch definitiv Zeit, dieses Album zu füllen. Kovacic. Tom Bogic. Rodrigo Ramallo. Das müsste... Ne, Ghana ist das nicht. Was ist das für eine Nationalität hier? Eieiei, was ist das für eine Nationalität? Ecuador? Hatte ich doch vorhin schon, ne? Ich glaube, das war Ecuador. So, dann noch von Peru, Christian Benavente. Und ich glaube, wir müssten jetzt bei der Hälfte sein. Ja, fünf Stickertütchen haben wir hier noch am Start. Reiße ich hier mal auf das sechste. Natürlich steht auch hinten wieder die Stickernummer drauf, 262. Ich drehe mal gleich die Nummer um. Das ist nämlich der Neil Taylor, ein Valiser Jung. Dann Raphael Marquez, Mexiko natürlich, Alexander Cattay, Autofokus. Dankeschön, mein lieber Freund, Eduard Centeno und Thomas Meunier von Paris-Belgien. Die Kroaten sind auch am Stüssel, nämlich Simi Vresalkio, der Innenverteidiger, beziehungsweise ich glaube sogar Außenverteidiger ab und zu bei Atletico Madrid. Hanni, Algerien, Damian Lizio. Lizio, ja. Und Carlos Grezzo und zuletzt Reis Mboli, Algerien. Also so richtige Topstars haben wir hier heute im ersten Wow2Rush hier an Boxing noch nicht gezogen. Philippe Gutierrez, Chile, Sam Vokes, danke. Dann Borek Dokkal, Benjamin Werbic und Josef Martinez-Venezuela. Vorletztes Tütchen, da starten wir mit Philippe Nowak, Scheche, Thibaut Courtois und das ist jetzt der erste richtige Topstar, kann man so sagen. Dann noch Moreno, Rahim Sterling und Mark Milligan. Und wir kommen zum letzten Wow2Rushia-Sticker hier für heute. Also Leute, wenn ihr wollt, gibt es denn die Serie Let's Collect. Habe ich mega Bock drauf. Ihr auch? Wenn ja, gebt ein Däumchen nach oben, sagt euren Freunden Bescheid, teilt das Video und so weiter und so fort. Und wir bekommen im letzten Stickertütchen doch noch unseren ersten deutschen Spieler. Und es ist auch die Nummer 1, Manuel Neuer, oh yeah, hat sich ja jetzt verletzt, beziehungsweise, ja, verletzt kann man sagen. Und deswegen steht ja jetzt Ulreich im Kasten. Ich hoffe in der Champions League nicht, weil natürlich möchte ich auch, ich bin kein Bayern-Fan, aber ich möchte, dass die deutschen Vereine so weit wie möglich in der Champions League kommen. Ist ja natürlich klar. Rafa Varan, Carlos Bacca und Gelsen Fernandes aus der Schweiz. Ein Schweizer. Und das war's hier für heute, Leute. Das waren 10-Stickertütchen der Wow2Rushia 2018 Panini-Sticker-Serie. Und ich würde sagen, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Denkt dran, Leute, 250 Däumchen und dann gibt es eine schöne, knackige Serie. Jeden Tag gibt es dann eine Folge der Let's Collect-Serie Wow2Rushia 2018. Ich bedanke mich fürs Zuschauen in der Mitte. Könnt ihr mich jetzt noch kostenlos abonnieren. Rechts daneben findet ihr die letzten zwei Videos von mir. Checkt sie ab, falls ihr noch nicht gesehen habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssü.